Einfach wohlfühlen. Vielfältige Angebote für Wellness und Gesundheit, Urlaub und Reisen hält das Erholungswerk für Telekommunikation bereit. Auch für die ehemaligen Mitarbeiter der Postnachfolgeunternehmen. Gesundheit ist ansteckend. Vorschläge und Tipps für Ernährung, Sport und Medizin bietet die Gesundheitswelt direkt. Auf dieser Internetseite zeigt die Deutsche BKK, was man zur Verbesserung der eigenen Gesundheit tun kann und bietet direkt qualitätsgeprüfte Produkte und Services ausgesuchter Partner zu vorteilhaften Konditionen. Lobby in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation versteht sich als ein Lobby der Älteren. Der Verband vertritt die Interessen seiner rund 13 Millionen Mitglieder in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, zum Beispiel auch bei der Entwicklung altersgerechter Endgeräte, gemeinsam mit der Deutschen Telekom.